Aufgabe 77 ist nun die letzte Aufgabe, welche Kesselgleichungen und Vergleichsspannungshypothesen behandelt. Hier ein Kessel mit einem Durchmesser dm, welcher einen mittleren Durchmesser darstellt und einer Höhe h. Der Innendruck im Kessel ist pi und eine äußere Kraft p belastet den Kessel zusätzlich. Zu berechnen ist unter Verwendung des Tresca-Kriteriums die Kesselwandstärke, sodass bei gegebener Bruchspannung Sigma b eine Sicherheit von s gewährleistet ist. Wie groß sind dann, wenn man auf ganze Millimeter für die Wandstärke aufrundet, die Spannungen Sigma l und Sigma u aus den Kesselgleichungen sowie die Höhenänderung Delta h für den Kessel? Am Ende ist dann noch gefragt, um welchen Betrag der Kessel erwärmt werden müsste, sodass keine Höhenänderung eintritt. Was man hier braucht ist, wir haben die Kräfte gegeben, wir haben eine, eigentlich alles andere an Materialkonstanten und Innendruck und Bruchspannung. Das heißt, wir müssen uns einmal die Spannungen ausrechnen, die im Kessel auftreten, aufgrund des Innendrucks und der zusätzlichen Kraftbelastung durch P. Sigma längs, dann schreibe ich es einmal mit dem Durchmesser hin, weil der mittlere Durchmesser gegeben ist, können Sie den Radius ersetzen. Dann haben wir zweimal den Radius, also durch 4T und die Kraft in Längsrichtung liefert ein Minus P durch mittlerer Durchmesser mal Pi mal Wandstärke T. Auf die Fläche wirkt die Kraft, was den Kessel betrifft, umfangsmäßig. Eingesetzt, kriegt man 99,45 Durchwandstärke raus. Die Kesselwandstärke ist gesucht. Und das gleiche für die Normalrichtung. In die Normalrichtung allerdings hat diese äußere Kraft ja keinen Einfluss. Die wirkt nur in Längsrichtung. Also Pi mal dm durch 2T, weil wir den Radius wieder durch den mittleren Durchmesser ersetzen. Das sind 820 durch T. Und dann schreibe ich hier vorsichtshalber her, dass Sigma radial ist 0. Und jetzt kommt genau das zum Tragen. Sie sehen, Sigma L und Sigma N sind beide positiv. Dadurch ist im Tresca-Kriterium Sigma radial mit 0 die kleinste Hauptnormalspannung. Also wenn man jetzt, das war ja die Frage nach dem Tresca-Kriterium, wenn man jetzt das Tresca-Kriterium hinschreibt und wir sagen wieder vorsichtigerweise Sigma V ist Sigma Max minus Sigma Min Betrag davon, dann muss jetzt hier Sigma N, das ist die größte, minus Sigma R stehen. Das ist die kleinste. Und das ist nur der Betrag von Sigma N. Also 820 durch T. Das muss kleiner sein Sigma zulässig. Sigma zulässig ist wiederum Sigma Bruchspannung durch Sicherheitsfaktor. Das sind 100 Megapaskal. Und damit kann man sofort die Wandstärke bestimmen. Gilt nämlich, das 820 durch Sigma zulässig, wenn Sie die oben umformen, kleiner gleich sein muss wie die Wandstärke, beziehungsweise eben die Wandstärke größer sein muss oder gleich dem Wert, der da rauskommt, nämlich 8,2 Millimeter. Aufgerundet auf ganze Millimeter nimmt man halt 9 Millimeter dann für die Wandstärke. Das heißt auch mit dieser aufgerundeten Wandstärke von 9 Millimeter müsste man jetzt die Längs- und die Normalspannung noch einmal berechnen, weil sich ja die Wandstärke geändert hat. Die korrigierten Spannungen sind so mit Sigma L, haben wir hier oben noch stehen, 99,45 durch die Wandstärke von 9. Das sind 11,1 Megapaskal. Beziehungsweise Sigma N 820 durch 9 sind 91,1 Megapaskal. Und damit lässt sich die Höhenänderung berechnen über das Hux'sche Gesetz. Das Epsilon Längs bestimmt die Höhenänderung. Die Längsspannung ist die Höhenänderung. Das heißt nach dem Hux'schen Gesetz, nachdem das alles Hauptnormalspannungen sind, muss 1 durch E-Modul, der ist gegeben, das berechnete Sigma Längs minus Querbelastung Nü mal Sigma Normal gleich Delta H zu Ausgangshöhe H sein. Und daraus kann man sofort die Höhenänderung ausrechnen. Delta H ist nämlich dann H durch E, Sigma L minus Nü Sigma N und das ist ein Zahlenwert von minus 0,468 Millimeter. Das ist sinnvoll, weil Sie drücken ja von oben mit einer Kraft drauf. Je nachdem wie groß die Kraft ist, wird die Höhenänderung negativ ausfallen. In dem Fall ist sie halt negativ. Und dann war gefragt, um welchen Betrag muss man den Kessel erwärmen, damit die Höhenänderung genau ausgeglichen wird. Dann kann man die Änderungen ja additiv betrachten, also die Änderung über die Kraft und den Innendruck und die Änderung über die thermische Belastung müssen insgesamt sich zu 0 ergeben. Ein Delta H gesamt muss rauskommen, das sich aus dem Delta H von hier oben berechnet plus Delta H thermisch. Und das reine Delta H thermisch kann man auch aus dem Hoogschen Gesetz extrahieren, einfach mit Alpha T Delta T. Das ist Delta H plus Alpha Delta oder Alpha T Delta T mal H. Dann haben Sie nur den thermischen Betrag im Hoogschen Gesetz. Und das muss insgesamt Null sein. Und daraus lässt sich die Temperaturänderung extrahieren als Minus Delta H zu Alpha T mal H. Und das sind 6,5 Kelvin nötig, um die Stauchung auszugleichen wieder in der Höhe.